Guten Abend liebe Freunde wir spielen PUBG auf Janok und ich springe da unten an die an die Kais und Stege und Bootshäuser und ihr wisst Bescheid und gucke mal was sich da so holen lässt das ist ein neuer Ort für mich aber diese Dinge am Wasser sind ja eigentlich immer ganz gut wohl Janok kriegst du eigentlich immer was ne kriegst du eigentlich immer irgendeine Waffe oder so oder keine Ahnung irgendwas geht immer so da fliegt einer der fliegt da unten hin und sonst sind wir hier eigentlich relativ alleine wenn ich das jetzt richtig sehe gut dann können wir ja erstmal die Zone ist auch in der Nähe dann würde ich sagen looten wir uns erstmal die Finger wund das da drauf und das da drauf und dann kann man erst mal nachladen und auf Stoß umschalten das reicht ja für den Anfang 1210 Magazine von mir rum weil ich die ganze Zeit versucht habe zu laden und dann machen wir das da hin und das zu laden und dann machen wir das da hin und dann das kannst du weg tun, das kannst du weg tun, ja so, so machen wir das. Ja, das ist doch gut, das ist doch gut. Oh, ja, dann nehmen wir doch lieber mal die M4 statt die Dinge hier. Genau, das packen wir da drauf wieder und das da drauf und den können wir da auch drauf packen und den ganzen Rest nicht, oder nehme ich die, ach, da nehme ich vielleicht auch die Vector lieber mit, weil ich habe ja mehr weiter das Magazin. Ja doch, das ist glaube ich besser in dem Fall, weil da kann ich nämlich ein Visier drauf packen, das ist gar nicht so verkehrt. Und den Laseraufsatz, den können wir da auch noch beinahe anlassen, das ist übersuchen machen. So. Hallo. Ach, geht der da nicht hin? Ach, der geht da nicht hin. Huuuuhh. Huuuuhh. Die war hier, ja. Alles gut. So, habe ich eigentlich die schon nachgeladen? Ne, noch nicht. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir das wieder, machen wir das wieder völlig anders. und zwar, so, so, so. So, jetzt muss ich ja irgendwo hinlaufen, mal überlegen, wo laufe ich denn hin? Pfff. Ich würde versuchen, irgendwie auf den Berg zu kommen, mal. Irgendwie so vom Gefühl her würde ich mal versuchen, auf den Berg zu kommen. Hier nicht noch, ne, lag nicht rum, ok. Irgendwie so eingekesselt. Oh, ja doch, passt schon. Auf. Okay. So. 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 Ja komm. Pack mal eine bitte noch auf die. Ah, Hulu. Hulu finde ich besser als Rotpump. Oh, yeah. Okay. Oha. Ich hole mir den. Komm schon her. Hey, wo waren der jetzt? Kann ich sehen. Okay. Okay. Beste Dreier-Hochsack-Helm. Aug. Oh, geil. Ja. Und Kili-Anzug nehme ich natürlich auch mit. Das tun wir weg. Das tun wir weg. Das tun wir weg. Dann nehmen wir mal die Aug. Die Aug braucht auch 5, 5, 6. Das ist gut. Hier haben wir einen Schalldämpfer für die Aug. Beziehungsweise. Ja, doch. Passt schon. Da kommt ein abgewinkelter Handgriff dran. Da kommt ein Schnelldings dran. Da kommt. Was kommt denn dann noch? Muni nehmen wir noch mit. Können wir nicht mitnehmen? Adrenalinspitze nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Könnte ich auch nicht mitnehmen. Okay. Dann tue ich lieber die 40 weg. Und nehme die Adrenalinspitze mit. Und dann nochmal eins. Und das ist alles, was ich brauche. Schmerzmittel lau ich mir direkt rein. Ich hab noch nie die Aug gespielt. Und ich hab auch noch nie ein Giddy Suite an. Das ist gut. Ich würde es wahrscheinlich einfach sterben, oder? Wie weit muss ich denn? Oh, weit. Oh, weit. Ich würde mal im Wald bleiben mit meinem Giddy Suite. Suit. Suitcase. Ich würde mal an Suitcase denken, dann weiß ich, wie es ausgesprochen wird. Ich würde mal im Wald bleiben mit meinem Giddy Suite. Wenn dir schon so ein Drop vor die Nase fällt, dann holst du ihn ja auch, oder? Mit drei Helmen hat er ja auch schon 100 Jahre nicht mehr, seitdem es die im Drop gibt. Keine Chance. Ich würde mal. Vielen Dank. Ja, bestimmt einer irgendwo drin. Könnte ich für wetten. Ja, bestimmt einer irgendwo drin. Ja, stimmt. 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 Ja. Ja. Okay, ich muss los. Das war's in Roltsleve. Das war's in Roltsleve. Das war's in Roltsleve. Das ist noch einer. 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 Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.